Strafe für den Ohrfeigen-Eklat bei der Oscar-Gala. Hollywood-Star Will Smith wird für zehn Jahre von allen Oscar-Zeremonien ausgeschlossen. Das hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles entschieden. Auch andere Veranstaltungen der Akademie dürfe das Schauspieler in dieser Zeit nicht besuchen. Die für die Oscars zuständige Akademie wirft Smith ein inakzeptables und schädliches Verhalten bei der Vergabe des Filmpreises Ende März vor. Der 53-Jährige hatte den Komiker Chris Rock geohrfeigt, als dieser einen Witz über die Ehefrau von Will Smith gemacht hatte. Sie leidet unter Haarausfall. Kurz darauf wurde Smith mit einem Oscar ausgezeichnet. Nach dem Eklat trat Smith aus der Oscar-Akademie zurück und nannte sein Verhalten schockierend, schmerzhaft und unentschuldbar. Seinen Oscar darf er behalten.